Hey, hey Gurke! Ja, Orange. Hey, sind wir cool? Ja, ja, wir sind cool. Hey, hey Gurke, hey! Was geht, Orange? Sind wir immer noch cool? Ja, wir sind cool. Hey, hey Gurke! Ja? Immer noch cool? Oh ja, wir sind cool, jo. Oh man, Gurke ist so cool. Ich will echt, dass er mich mag. Was kann ich machen, damit er mich mag? Wow, wer seid denn ihr Typen? Wir sind du. Aber ich bin ich. Und wir sind hier, um zu helfen. Yay! Hey, hey Orange! Hey Teufel Orange! Du solltest im Grünling sagen, dass seine Mutter eine Essiggurke war. Gute Idee, Teufel Orange! Oh nein, Orange, das kannst du ihm nicht sagen! Kann ich nicht? Nein, du solltest die Gurke fragen. Warum das lange Gesicht? Geht's gut, Engel Orange! Was? Nein, das geht nicht, Orange. Guck ihn dir an. Du musst ihm einen deiner geilen Tricks zeigen. Wie wär's, wenn du ein paar Kerne nach ihm spuckst? Noch besser! Kerne funktionieren nicht. Du musst ihm sagen, dass er ganz grün vor Neid ist. Es ist lustig, weil er grün ist. Nein, mach das hier, Orange. Sag ihm das um was. Wie wär's, wenn du aufhörst, hier rumzustochern? Mein Gott, wie viel Lüge lahm bist du denn dran? Nette Gabel, Alter. Ist die für den Salat oder für die Wurst? Hey, hey Engel! Jemand benutzt deine Rübe fürs Ringewerfen. Du bist ein Apfel. Nein, du bist ein Apfel. Du bist ein Apfel. Nein, du bist ein Apfel. Apfel, 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 Ap Guuuul. Kuh. Kuuul. Kuh. Messer! Gaaah! Was geht hier? Oh! 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 Ah, schade. Ich mach dir die Gurke. Oh, cool. Hmm. Was jetzt? Hey, Birne! Ah, nicht schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020